So, Theodin hat es erwischt. Ist kein Problem. Wir machen ihn mal so hier. Wir werden auch Theodin wiederholen. Ja, den hat es auch erwischt. Dann werden wir die hier mal zurücknehmen. Wunderbar. Hier wird nachgebaut. Das ist auch gut. So, hier haben wir... Hier bauen wir mal auf. So, okay. Wir brauchen nur mehr Rohstoffe, natürlich. Warum hab ich denn hier eigentlich noch rumstehen? Warum steht ihr dumm in der Gegend rum? Nein, könnt eigentlich mal hier vorgehen. Sie greifen das Lager an. Zerstört es uns. Sie greifen an. Wir können nicht noch mehr Soldaten befehligen. Der Elfenbeinturm ist fertig. Information bleiben. So, okay. Hier geht man hier hin. Genau. Ihr geht mal in die 2. So. Ihr geht mal hier runter. Ihr alle geht mal in die 1. Geht mal vor. Wir können eigentlich hier so machen. Oh, keinen habe ich nicht gelesen. Also, deswegen. Gut. Wir bauen jetzt erstmal weiter so. Wir brauchen mehr Rohstoffe. 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 So. Okay. Okay. Er ist auch wieder da. Dann kommt mal hier die 1. wir gehen wir weiter so wird sein der armee der trug ein bisschen zurückhaltend das werden wir aber genau so machen jetzt müsste eigentlich bald kommen mit mit der armee der trüben wir haben die macht ja noch nicht ist okay dann gucken wir mal so weiter weiter die haben angegriffen okay wir haben ein bisschen was verloren wieder aber kein problem ist schon ein mehr problem als ich dachte weil ich wir gehen zurück die greifen sind einsatzbereit haltet eure stellungen okay gucken wir mal den schießstand verbessert jawohl ich bin ein bisschen hinterher in den dachen wir haben ein unser baumeister erschlagen das gebäude ist bereich hat er mal so bringt sie aus dem gleichgewicht bodenschützen sind bereit hier sind wir das gebäude hier fertig so sehr gut die ritter sind tatsächlich gar nicht so schlecht bereit für die schlacht du in die zwei hier geht mal hierhin ohne geht er nicht weil das wäre das gebäude ist fertig aber ihr hier 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 kommt die ritter können wir mitnehmen hier die ritter bleiben hier wir bauen weiter nach hopp hopp Pferdchen im Galopp hier auch unsere rohstoffe werden knapp die gehafte werden angegriffen direkt mal in offensivstellungen wir haben neue Dinge können wir mal hier hin bauen okay wieder Rohhirrim 2 wir gehen mal ein bisschen vor wir haben uns schon so lange verspottet ähm ja Leute ich muss mal ganz kurz ähm AFK oder so beziehungsweise ich werde mich mal muten Augenblick hier wären wir fertig das ist Gallup Fasch ergreift ihn wir können nicht noch mehr Soldaten bewegen sie haben uns gefunden hinten ringen die Festung jagt sie aus diesem Land der Reich ist unter uns länger die Armee der Toten werft sie alle nieder wir kommen sich weg seine Bunden sind tief wir haben das Gebiet bereits besetzt jetzt hat der Feind den Ring der Ring wir haben ihn verloren wir werden Gondors Grenzen schützen immer weiter wir brauchen mehr Rohstoffe wir sind Gondors Elite wir werden angegriffen das ist der Ring los holt ihn euch unser Land versinkt im Schatten beeilen wir uns der Feind hat den Ring gefunden so da bin ich hoffentlich wieder und ich hoffe ich muss nicht raus schreiten der Feind hat jetzt natürlich den Ring gefunden die haben den Ring also ich war jetzt ein bisschen abgelenkt das ist ein bisschen ungünstig aber war auch nicht unwichtig tatsächlich ich bin ja in der Feuerwehr und ging um die Corona Impfung und wer die anderen Videos von mir gesehen hat weiß ja natürlich nehme ich die mit wenn ich sie kriegen kann und zwar so früh wie wirklich sicher ist einfach sicher so so hier hinten reißt dann natürlich aus gehen wir hier und gehen mit denen hier mal hier hin na toll hat nichts geklappt jetzt machen wir mal hier wo ja so 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 er hat wieder gefallen ist aber nicht so wild wir holen einen neuen wenn ich finde da wir müssen natürlich auch neu ausbauen darf man nie vergessen nie vergessen was ich aber euch schon sehr stark vergessen habe wir haben leider nur noch leider nicht mehr so viel übrig wie viel zu viel wir reiten mal hier ausfahren weiter hier können wir mal mal gehen wollte ich ja und er hat ja keine weitere position dürfte ich kaum bereit für die schlacht auf weitere befehle so ok erstmal einen von denen dauert nicht lange wir gehen hier vor ok hier hier geht hier die da ja wir gehen mit denen dann mal in die richtung hier vor wir werden hier ja ok das gebäude da hinten haben sie den hier haben sie hoffentlich noch nicht nee wir brauchen uns baumeister und weitere gehöfte immer noch wo ist er denn der andere da unten also direkt in der nähe na gut dann brauchst du halt direkt in der nähe meinen tümsen hin na du gehst dann hinterher na so während du hier äh dir mal das gebäude ja ja aha wir gehen wieder hoch reicht ja wenn einer dann verfolgt so lalalalalala irgendwo hier unten wäre er rein ansonsten kommt er irgendwann beim Höhlen-Troll raus da hinten in die ecke so einmal so einmal so einmal so einmal so hier gerne auch na so 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 ok ihr seid soweit dann gehen wir mal wieder hoch wir haben hier das gebäude ist fertig wir haben hier jetzt geht's lange mit den Werkzeug voran so und so wir müssen unser Land verteidigen Turm machen so den laufen wir vor na ok nachschub ist unterwegs elende voran darf nicht untergehen das ist unserer äh das heißt wir werden wir hier in den abgrund schlagen das gebäude hier wäre fertig ok hier inzwischen könnt ihr mal ein bisschen vorgehen schadet ja nie ein bisschen so wir haben den nächsten baumeister mit der nächste baumeister der baut mal hier in der mitte was nämlich ähm wo ist es wo ist es wo ist es wo ist es eine festung können wir mal bauen ja komm wir haben den bauplatz frei na na ok er kommt jetzt doch mit pferdchen zusammenbleiben männer ja Leute komm zurück eilt euch hoch na lalalala so hier ja auch da drauf hopp hopp einmal wieder aufbauen so na na folgt mir macht euch bereit sie kommen genau auf uns zu sie haben angegriffen das ist unsere stunde reicht hat er mal ja verteidiger des weißen baumes ok äh ist im momentan ein bisschen gut durchsichtig weil ich nicht weiß wie was ist aber das geht mal hin so hier bleibt mal hier und geht mal wieder in die mitte schwingt unsere häuser so weit so gut wir reiten so wir gehen jetzt mal hier hin der feind ist nah wir werden angegriffen haltet die augen offen ja und geht zurück lalalala während ihr und ihr mal in die 1 geht und hier hin geht so aufsatteln wir haben noch nicht genug Leute finde ich wir könnten da echt noch ein bisschen was machen darum machen wir das und da da doch hier auf Dinge geht gehen wir wieder aufs Turm wachen so ähm so und ihr hier in die 2 so und ihr hier hoch so ok während ihr euch hier ähm ausbreitet so wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen äh dass wir ähm genau dass wir den Gü nicht ähm nicht ähm nicht ähm ja nicht nicht die Möglichkeit geben alle unsere einer Waffen zu vernichten denn er wird wieder ähm Dingens haben so ähm ich hab die Festung ich baue hier gleich mal noch ein Turm daneben nein einmal so einmal so einmal so einmal so einmal so einmal so was wir aufbauen ist natürlich und was wir nicht bauen können so ah das hat ein paar Turm unterricht das war abzusehen so so ok wir gehen hier zurück lalala äh wir gehen hier zurück wir haben ähm ähm ich werde zu erwerfen machen dass ich hier trotzdem wieder ein paar von den EU bauer so wir gehen hier hin äh wir bauen äh du baust jetzt mal hier ein aufpassen dann bau den halt hier das geht hier nicht dann eben da ein bisschen doof die hülle nach hause okay ihr geht zurück okay dann gehen wir hier hin das müssen wir uns auf jeden fall zurückholen das hatte wir hatten wir vergessen wir haben hier noch jede menge leute hier mit in die 1 kommen mit denen natürlich die 1 die habe ich hoffentlich gedrückt wenn ich dann nur jetzt nicht ganz viel spaß nee die sind noch nicht endlich das gebäude gehört und wir haben aber die können hier noch ausbauen ausbauen information ausbauen hat man gar keine rüste